Untertitelung im Auftrag des ZDF Was ist das, Dude? Ach, du meinst Mozzarella Toni oder was? Schadecki! Oh, nein! Nein! Auf Wiedersehen! Dankeschön, Fiesta! Warte mal lernen, das war das Packen, war es ein Nationale, Dankeschön, Tschüss! Wir wollen uns gerne bedanken bei den Leuten, die mit uns heute unter... ...untergraben haben, das waren ganz, ganz wenige. Also am Ende des Tages ist ja... Geht es den Berg rauf. Geht es den Berg rauf, so. Und wir möchten uns nochmal ganz herzlich bedanken... Hey Leute, wir möchten uns ganz herzlich bedanken... ...und zwar bei allen Leuten, die uns jemals irgendwie, weiß ich nicht, gegoogelt haben oder so. Wir würden uns gerne eigentlich heute ganz besonders bei Google bedanken. Danke Google! Danke Google, weil ihr habt das iPhone irgendwie salonfähig gemacht. Und das... Ziemlich saloppfähig. Und ich muss wirklich sagen, sorry, aber das Ding ist echt pardonfähig, so. Muss ich ganz klar sagen. Hey Jeff, du hast recht natürlich. Also wie gesagt, Tschüss, vielen Dank! Danke! Holzknoeul und Herpeltals... Herpeltals? Wie heißt du? Der Herpeltalser und Holzknoeul sagen alles Gute. Nee, warte mal. Heizknall... Nee, warte. Hackebeil und... Und Appetili... Nee, nee. Hackebeil, ich weiß nicht. Holzpflanze... Nee, Holz... Hey Mann, du Achsel, was juckt ihr denn? Holzknoeul und Apelprinz. Ich sage noch mal ganz, ganz kerstliche Dankeschüß. Und wir möchten... Kerstin, fahr mal links hier. Ich wünsche dir ein kerstliches. Ja, wir wünschen dir ein kerstlicher Maxis. Nee, schau Leute! Tschau! Schönen gebrauchen... Ja, wir können... Dann, wir kommen nach Poonce... Hören und drei kommen. Ich gehe nicht. Dann, wir kommen jetzt an... Wir kommen die ganzen Kader... Wir kommen hier...